Saubere und sogar klimafreundliche Energie oder hochriskant und mit massiven Sicherheitsproblemen belastet. Beim Thema Atomkraft scheiden sich nicht nur hierzulande die Geister. Während Deutschland bis zum Ende kommenden Jahres aus der Kernenergie aussteigen will, diskutiert die EU-Kommission derzeit darüber, diese im Rahmen ihres sogenannten Green Deal als klimafreundliche Energie einzustufen. Dafür machen sich unter anderem Länder wie Frankreich stark, deren Energieversorgung sehr von der Atomkraft abhängt. In Brüssel ist jetzt Michael Grütz zugeschaltet. Herr Grütz, warum denken Franzosen so deutlich anders über Atomkraft als Deutsche? Nun, Frankreich ist nun mal eine Atommacht, eben auch militärisch. Und da ist das auch eine Frage des nationalen Bewusstseins. Hinzu kommen zwei Drittel des Stroms. In Frankreich kommt ja aus der Kernenergie und daran will man auch festhalten. Dann kommt bei den Franzosen noch hinzu, sie fragen sich gerade jetzt beim Kampf gegen den Klimawandel, warum man ausgerechnet auf eine Energie verzichten soll, die doch praktisch kein CO2 produziert. Da hat man wenig Verständnis für die Deutschen. Und dann will man noch weiter auf die Atomenergie setzen, auf die kleinen modularen Reaktoren. Und die müssen schließlich finanziert werden. Das ist ein enormes Brett, was da zu bohren ist. Da braucht man noch viel Geld. Was passiert denn eigentlich, wenn Atomkraft jetzt von der Europäischen Union als grüne, nachhaltige Energie definiert werden sollte? Das würde es beispielsweise Investmentfonds oder Anlegern erlauben, eben in sogenannte nachhaltige Energieformen zu investieren. Und genau diese Finanzierungsmodelle braucht Frankreich, um diese vielen Vorhaben in Sachen Atomenergie vorantreiben zu können. Es gäbe noch einen zweiten Effekt, nämlich, dass möglicherweise auch Gaskraftwerke als nachhaltig eingestuft werden können. Das wäre dann sozusagen der Kompromiss, denn diese Gaskraftwerke wollen ja die Deutschen. Und vielleicht läuft ja diese Einigung darauf hinaus. Also das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Leider uns beide nicht mehr, lieber Herr Bützkes. Alles Gute für Ihren Ruhestand. Das ist aber reizend. Vielen Dank, Michael Krütz nach Brüssel. Danke. Danke.